Können Sie ein paar Worte sagen? Wir haben eine tiefe, tiefe, leidenschaftliche Seele und eine Kapazität, etwas anzunehmen, zu lieben und zu feiern. Und auch immer höchste Qualität. Ich kenne die russischen Tänzerinnen. Sie sind die Schönsten, die Elegantesten und die Filigransten, die Besten. Vielen Dank, ja. Analyse für Alexei. Und können Sie vielleicht schreiben, wir lieben Marlene. Das ist wichtig für mich.